Arschapputzen kostet extra. Insider enthüllt, Pflegedienste in Deutschland sind oft der blanke Horror für ihre Angehörigen. So schützen sie hilflose Angehörige vor Misshandlungen und Vernachlässigungen durch deutschen Pflegedienste. Müssen sie für ihre Angehörige einen Pflegedienst auswählen? Dann zählt dieser schockierende Enthüllungsratgeber zu ihrer absoluten Pflichtlektüre. Aber Vorsicht, ihnen dürfte schon nach den ersten Seiten speiübel werden. Lassen sie sich die Augen öffnen. Erkennen sie die grauenhafte Wahrheit, die hinter dem deutschen Pflegedienstsystem steckt. Nicht selten Misshandlungen, Vernachlässigungen, ja sogar der vertuschte Tod von Patienten und Pflegebedürftigen. Dieses Buch wurde von einem echten Insider geschrieben. Jahrzehntelang war er bei deutschen Pflegediensten angestellt, bis er den alltäglichen Horror nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbaren konnte. Er verrät ihnen hier all die vielen schmutzigen Tricks und gefährlichen Geheimnisse dieser Branche. Einer Branche, in der es viel zu selten um Menschlichkeit und Mitgefühl geht, sondern leider viel zu oft um Profitgier, Verantwortungslosigkeit und unvorstellbare moralische Verrohrung. Pflegedienste machen nicht selten einen Riesenreibach auf Kosten ihrer hilflosen Opfer. Das jedenfalls ist die Quintessenz, die sie nach der Lektüre dieser Realitätsschockers ziehen müssen. Seien Sie gewarnt, diese Lektüre wird alles andere als angenehm. Sie werden nicht glauben können, dass so etwas mitten in Deutschland Tag für Tag passiert, im 21. Jahrhundert. Denn sie erfahren, dass Pflegedienstmitarbeiter ihre Patienten regelmäßig schlagen und vernachlässigen. Und sie lernen auch die perfiden Tricks kennen, mit denen Pflegedienste diese Delikte unter den Tisch kehren. Und das alles, während Pflegedienste von Angehörigen und dem Staat üppigen Gelder kassieren. Und Sie als Leser werden sich unweigerlich eine überlebenswichtige Frage stellen. Wie können Sie verhindern, dass Ihre Angehörigen ebenfalls einem derart kriminellen Pflegedienst zum Opfer fahren? Auch hier liefert Ihnen dieser Insider-Autor wertvolle Antworten. Antworten, die Ihnen von anderen Stellen systematisch vorenthalten werden. Holen Sie sich. Arscherputzen kostet extra. Und schon? Erkennen Sie die untrüglichen Indizien dafür, dass Ihre Angehörigen in einem Pflege- oder Altenheim brutal geschlagen, misshandelt oder vernachlässigt werden. Kommunizieren Sie mit dem Pflegedienst Pflegeversicherungsgutachter richtig. Können Sie rechtzeitig und zuverlässig erkennen, ob ein Pflegedienst wirklich vertrauenswürdig ist. Wissen Sie über die Besonderheiten stationärer Einrichtungen Bescheid? Kennen Sie alle Anlaufstellen, die Ihnen bei Bedarf helfen und vieles mehr? Pflegedienste können ein wahrer Segen sein, wenn Sie sich für den richtigen entscheiden. Leider aber ist das in Deutschland ein perverses Glücksspiel. Allein dieser Ratgeber liefert Ihnen wertvolle Informationen über die wahren Zustände in deutschen Pflege- und Alteneinrichtungen. Dieses Wissen schützt Sie dafür, Ihre Angehörigkeit in die Obhut von Pflegediensten zu geben, denen das schnelle Geld mehr bedeutet als Zuwendung und professionelle Betreuung. Ihre Angehörigen haben wirklich Besseres verdient. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgshonline.de Wir sehen uns. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher ...